Ich habe B braucht Hilfe, B drauf. Zwei Stück. Drei, alle drei. Einer legt in das Spot und der andere, glaube ich, Kallus. Warte auf den Mate. Der ist in den Molly. Tato, schön. Tato liegt die Awe. Ich save die Awe. Ja, ich find den Weg schon noch rein. Oh, ich mach das eben. Ja, mach mal. Wirklich jetzt! Da liegt noch eine M4 aufs Tato. Ja, hier. Ja, ich hab keine. Es gehört eigentlich eine AK, aber die ist irgendwie... Keine Ahnung, wo die war. Was wird's? Ich will eine M4 haben. Er hat sie wiederbekommen. Ja, für mich. Ich hab jetzt eine M4. Ja, ja, ja. Also, ich bin zu viel. Ja, ich auch. Und keine Kürze wieder, weil es zu lang geht. Aber er dreift. Scheiße. Lang kommen die 100 Po jetzt. 100 Po. B drauf. Geh rauf, geh rauf. Warum? Weil du sterben sollst. Äh, undo, 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 undo. Ey, ich ist kotzen, alter. Höhn. Gegen ein. Mit zwei. Aber danke. Gut, gut, gut gezählt, Vater. War ein bisschen rauf gegangen, wenn wir noch auf zwei sind. Sorry. Ey, dein Ernst? Ja. Schön, Jungs. Schön, ohne. Ich bin nicht verwirrt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Glaube ich. Meine Mutter hat da einen Test mit mir gemacht. Ich weiß noch nicht, was weint, aber es war wo. Aber ich hab bestanden. Oder gerade, ich weiß auch. Oh man, ich weiß es nicht. Habst du, ich leg noch mal? Ich brauche auch noch meinen Job. Dann jemand kann nicht Eko. Hatten die eigentlich Eko? Hatten die eigentlich Eko? Ja, ich schmeiß die weiter. Hatten die Eko oder nicht? Keine Ahnung. Nein, doch, die hatten Eko. Nein, doch, die hatten Eko. Doch, die hatten Eko. Die hatten nur Pistols. Keine Ahnung. Ja, glaube ich. Gut. Dann will ich jetzt auch fertig mit einkaufen. Wunderschön close. Keiner kommt da nicht, ne? Door kommt. Tunnel auch, tunnel auch. Alter, 40 HP gegeben. Lol, doch nicht, what the fuck. Wo kamen denn die Schüsse her, Mann? Ja, warte, das geht auch mal in die Kappe. Weide jetzt, Fobby. Einer auch bei einer M4. Flashback. Let's start half life. Door. Punt. Ja, ist rein. Nice, AWP ist platt. Äh, Door, meine ich. Äh, Window! Fuck! Alter! Was hast du doch noch? Alles okay. Entschuldigung. Dann schleicht das Ding gut zurück. Wie ich ihn nicht erwarten werde. Ich kann echt ziehen durch. Ja, tatsächlich, AWP, äh, M4 flanken. Laufschlampe! Ja! Ey, das läuft dann, gib mir wieder einen Herder. Bin ich schwarz? Ich bin 1,96. Guck mich mal an, bin ich schwarz? Ne, ich bin grau. Oh, fühlte sich an, als ob ich schwarz wäre. Wieso? Weil ich so schnell war. Ach, ha, 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 ha. You say, Paul, Junge! Ha, 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 ha. Bauteile? Nee, ja, nicht. Nichts, ich hab drin. Nee. Nee. Ja, nee, Conor. Oh. Schatz, ich hab's. Wo kann man, wo kann man einfach, lassen? Ja. Wo kann man, wo kann man, wo kann man einfach... Wo kann man einfach, lassen? Darf ich nicht? Ja. Wo kann man einfach rumlaufen? CT auf der rechten Kiste. Zwei lange. Zwei! Bei dir liegt eine 5-7. Weh noch, Freude. Oh, danke. Nämlich. AHHHHH! Alter, fiel an! Baba! Wollen wir wohnen, Alperredner! Das kann doch nicht wahr sein! Bleib stehen jetzt! Ey, ich krieg's kotzen! Okay. Ach komm! Zwei Bombe ist falsch, bitte! Geht aus! Denied! Baba, du bist so kacke, Alter! Niemand ist so schlecht wie du! Du bist der schlechteste Mensch überhaupt! Entschuldigung, Paps! Ich muss jetzt einfach mal reinreden! Baba ist kacke! Der kackrigste Mensch auf der Welt! Hurensohn! Aber dann noch drei Appell!